ja moin moin ja herzlich willkommen zu diesem top 5 pack video was das ist erklärt sich glaube ich für selbst in die top 5 packs des pack openings folge 1 bis 10 ich bringe es jetzt jede 10 folgen und mehr dazu ist eigentlich gar nicht zu sagen ich hoffe euch gefällt dass er drückt mal den daumen nach oben und ja ich bin raus servus viel spaß dabei tausend kostet es oder mehr sie drauf hoffentlich mehr sie drin das wäre so immergeil dass wir nicht oder messi drin hätte das würde war müller groß müller und groß geil da der war vor ein paar stunden noch in form freunde da war vor ein paar stunden noch in form die wissen der werte müller ich habe nicht so viel oder glaubt es nicht so viel werte müller ach nee ein paar stunden war noch in form freunde er war vor ein paar stunden noch in form schade 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 das ist schon geil in form zu ziehen leute 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 egal nexus pack was ist drin aber drauf ähm megidi ja megidi ist doch nicht was wert der sowas wert oder der muss doch wert sein jetzt doch die 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 ihren da liefen doch ihr sind doch alle so für so komischen pokal da jawohl megidi das ist gut das sind 7000 das ganze pack nochmal jawohl dieses pack auf dem gefällt mir richtig richtig gut leute pursue bis gleich auf die goldsett komm bitte 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 ich möchte endlich irgendwann mal eine richtig alleine karte 16 bester man immer noch von der plani hatte ich fehlliche Cook aber Aber ich möchte etwas Gescheites ziehen. Schäfer in Form! Schäfer in Form! Schäfer in Form! Ja, Mann! Ja! Geil! Geil! Jaaa! Mein erster in Form! Mein erster in Form! Ich spring grad auf. Tut mir leid. Tut mir leid, lad. Was ist denn so? Raphael Schäfer! Ein Klubberauch noch! Ich halt... Ich halt mich nimmer, Leute. Ich halt dich nicht mehr! Ich halt mich und mein Bruder kommt doch rein! Scheiße! Scheiße! In Form! In Form! In Form, Leute! Raphael Schäfer! Nein, Achtung! In Form! Dann Scheiße! Ich zieh! Letzte Folge! Du hast Scheiße! Und die letzte! Ah! Ich halt nenne! Sorry, Leute! Leck mich am Arsch! Ja, geh wieder raus! Witz! Halt! Töne! Ähm! Dreiktar! Dreitm 31.500. Also können wir's noch ein... Dreh mir und weg aufmachen und es war's dann auch für diese Folge. Folge! 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 ist wichtig die wenigstens hier bleibt nicht nur vor die Gepäcklech die Hoffnung auf ja die Welt der 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 Welt die Reihen es ist ja wahr hat sind um schickte mich in die Hölle 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 okay wir drehen bisschen am Rache das ist das erste Pack was sie ein bisschen Lüthel wenig Glückwünschen mehr als Krieg für ein Tausend weil ich denke die für 10.000 Euro soll ich nicht ja komm mal ins Thema noch jetzt mache ich die Augen zu aber ich habe sehr lange nicht mal gemacht habe ich mache die Augen zu und sehe nicht was da jetzt passiert das ist fertig ne weil ich höre es ja am Sound jetzt erscheint gerade die Karte oder machen meine Augen auf RUNI 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 JA JAWO RUNI 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 R